So, jetzt kriegt das zurück zum Thema Olle und Köter. Geht einmal mit Mondo, schon beschwert, dass ich wieder ein Live-Video mache. So, psch. Ja? Ich mach jetzt erstmal gleich die... Ah, ich will mal jetzt nicht mal die Angelegenheit, was ich schon gesagt hab, oder was du schon mal gemacht hast. Nee. Was, nee? Du hast mich gerade Olle-Video genannt. Vor fast 12.000 Mitgliedern... Ich hab mich gerade hingesetzt. Nein, wenn du jetzt einmal rummaulst, weil du einmal mit diesem süßen Fussel da gehen musst, kannst du knicken. Süßer Fussel. Komm mal mit, ich muss dir ja eh mal was zeigen. Was denn jetzt schon wieder? Ich hab mich gerade hingesetzt, Mann. Lumpf. Ja. Hallo. Hallo, ich bin der Mann von der... Guck mal, da, Schatzi, ist Wäsche, die muss zusammengelegt werden. Und hier im Badezimmer ist eine Wäschepuffe. Ich wünsch dir ganz viel Spaß und die Küche, die Flaschen müsstest du auch noch machen. Wir haben Sonntag, ich bin auf die Couch am Tag, ich will jetzt diese scheiß Ankündigung machen. Das Kind schläft. Na ja. Schlägt noch. Nee, bewegt sich. Ja, toll. Ganz klasse. Ja, und das Kind musst du nebenbei auch noch fertig machen. Was soll ich jetzt machen? Wäsche zusammenlegen, Wäsche neu reinmachen. Sauber, ja. Ja, die ist getrocknet. Und müsst ihr in Wäschedings rein gefallen. Ja, also solltest du fünfmal überlegen, ob du mich nochmal im Internet Olle nennst. Nein, natürlich nicht, meine Eule. Ich liebe dich natürlich. Ja, ja, das sind wieder typische Männer, ne? So, wir wünschen einen schönen Abend. Ich gehe jetzt auf die Couch und er kann die Wäsche machen. Ja, schön. Dann können wir mal meine Ankündigung machen. Denk dran. Übrigens, Essen wollten wir auch noch machen. Es gibt Käse-Lauch-Suppe. Ich habe ihn gestern erklärt gehabt. Thema Lauch, Leute. Oh, guck mal, ich glitzer total. Nee, ich glänze. Ich habe ihn gestern erklärt gehabt, wie Lauch aussieht. Und was bringt dieser Lauch mit? Also Porre-Lauch, ne? Porre sollt er mitbringen. Und was bringt dieser Lauch mit? Lauchzwiebeln. Das ist ja eine Porre-Suppe. Es gab nichts anderes. Käse, Hackfleisch, Lauch-Suppe bringt der Frühlingszwiebeln mit. Voll der Lauch. Ich habe dir das vorher erklärt. Da ist auch das Wort Lauch drin. Lauch ist Lauch. Ey, du bist voll der Lauch, ey. Mach die Wäsche. So, ich höre jetzt auf. Ja, ich mach die Wäsche. Tschüss. Ja, tschüss.